Oh, oh, shit. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Generation Zero. Ja, in der letzten Folge haben wir ein kleines Duett gehabt mit einem großen Freund und sein großer Bruder läuft da hinten noch seelenruig durch die Gegend. Ich möchte auch gerne mit uns singen, deswegen gehen wir jetzt zu ihm und zeigen uns aber, dass er uns kündigt ist. Nein, 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 nein. Sehr schön. Ne, nein. Bleib du mal so, wie du bist. Ich glaube, ich nehme natürlich auch mit. Oh, ja. Da kommt schon mal die kleinen Krabbelfiecher. Oh, ja. Oh, das kann ich auch nicht so viel haben. Und den tun ein bisschen mehr weh als meiner. Habe ich so das Gefühl. Komm schon rein. Sehr schön. Au. Ah. Ist hier noch einer? Ist hier noch irgendwo hin rum oder was? Da vorne sind die Nächsten. Nein. Warum wollte ich nicht? Wieso ist dein Kumpel? Schade. Er liegt mit zu Füßen. Ach, wie schön. Nein, ich nehme nur Schrottmunition mit. Warte mal. Das war doch. Schuss nehme ich gerne. Und da ist der Nummer 33. Ich seh fett. Okay. Dann hätten wir die ja auch weg. Zwei. Da wird ja nichts zu geben. Da geht es sich. Dann gehen wir mal hier vorne gucken. Sind wir noch in dem richtigen Gebiet? Ja. Na komm. Hä? Willst du mich verarschen? Geht doch. Geht doch. oh 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 Ich hör dich aber, ich seh dich nicht. Piss du. Ist hier irgendwo ein Nest von euch oder was? Okay. Hier noch nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Nee, hier waren wir noch nicht. Da hinten. Wir haben hier auf dem Meer raus. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Sehr gut. Sehr gut. Ja. Guten Tag. Ich wollte mal gucken, ob sie was haben, was sie nicht mehr brauchen können. Jetzt sind schon wieder Fliegeviecher. Wir waren aber alleine. Okay. Da geht nichts. Mir scheint aber auch nichts zu geben. Ne, das war alles zu. Verriegelt und verrammelt. Hält. Das nächste. Okay. 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 Hier ist nichts weiter. Ne. Ist ja was drin. Bleib. Seid mal daheim. Oh. Sehr schön. Danke. Hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Und ne Waffel. Ja, ey, ey. Okay. Alles cool. Au. Genau. Dann würde ich sagen... Müssen wir mal... Gehen wir jetzt hin? Sag mal einer was. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Ach, du bist doch bestimmt der, der nicht hier, oder? Ne, ich bin nicht. Komm ran hier. Komm. Du hast. Gem mich in die Kitchener. Das war's für heute. Ich fülle die Reuben. Gewe! Schlappt jetzt auf meiner Seite Na komm Oh jetzt, Rosali Schlafen gelegen Scheiße Schlafen Weiter, 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 laufen, 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 laufen Schlafen Schlafen wir hier hin Warte, was denn hier kommt? Oh shit Hallo Schlafen wir hier Schlafen wir hier hin Okay Okay Ich brauche jetzt mal ein Häuschen Okay Ich gucke das hier rein Und einmal, um sich meine Im Text zuweisen Okay Hi Ich gucke das nicht jetzt hier vorbeiratschen, oder was? Machen wir jetzt mal Ich gucke das hier vorbeiratchen Oh, wo ist denn hier hin? Ja, wo ist denn hier hin? Ja, wo ist denn hier? Komm da, ich sehe hin Oh. Oh. Very nice. Oh, da ist noch jemand. Oh, da ist noch jemand. Ist das nicht hier? Hier kann doch die Blast, äh. Kann doch die Blast tun. Hey. Okay. Oh. Sick. Okay. Okay. Jetzt mal ein bisschen Munition hier. Ist nicht gut, was er dann macht. Das bedeutet nämlich, ich kriege wieder Besuch. Okay. 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 So. Okay. 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 Oww Ah shit Ich bin der Scheid. Junge Wo ist denn dein Kumpel? Ja Ja Vielleicht mal kurz neben sich Oh das war's schon Feuer einfach So So Trotzdem hier läuft noch irgendwo einer rum Ah da ist noch einer Hm? Ich bin da, das kann zwar herkommen Au Na komm angestopft rum Das ist ein Fenneres schalten Ich auch Kein Problem Ich bin Weg Weg Oh Kaputt Das hat sich da festgepackt Das hat sich da festgepackt Jetzt ist es keine Gefahr mehr Jetzt gucken wir mal an Ich bin da Ich bin da Sahne Zauber Ich bin da Ange Ich bin da Sehr schön. Ich wollte gerade sagen, ich höre noch was fliegen da wo. Hallo, bleib mal stehen. Na du, wie geht's, wie steht's? Komm, ja, los. Oh, schön. Oh, ich dachte jetzt schon. Junge. Ich werde übersehen. Oh, hey. Oh, hey, 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 hey. Oh, hey, 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 hey. Oh, hey, 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 hey. Oh, hey, 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 hey Nein, nein, nein. Was ist das? Ich mach ja. Was ist das? Na dann. Soll das ja gleich vorbei sein für mich. Und sie runter. Ja doch, die hat wieder nichts dabei. So eine Scheiße. Okay. Aber wir können eine Basis-Ankersmission starten. Das ist sehr gut. Das ist alles, was wir wollen. So. Dann. Ah, Scheiße. Okay. Wie ist der bin ich denn? Oh, ich bin ja richtig wohl da. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal Ende. Ich versuch irgendwie wieder zurückzukommen. In die Base. Und, äh, ja. Dann gucken wir mal an der nächsten Mission. Also, nächste Mission wird schon in der nächsten, nächsten Folge. Heißt das wohl? Eine Fosse. Ähm. Ob wir dann eine Verteidigungsmission machen, die etwas schwieriger wird. Mal gucken. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und würde sagen, bis dahin durch eine wunderschöne und angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.